Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading Tips. Unsere Empfehlung für Sie heute ist Daimler. Bei Daimler, der Chart nimmt es schon vorne weg, es wird eine Short Empfehlung, denn der Autobauer leidet derzeit besonders stark unter mehreren Einflussfaktoren. Einerseits die ohnehin schwierige Konstellation in der Autobranche, die Herausforderungen durch die Elektromobilität, durch das kommende Aus des Verbrenners, sinkende Verkaufszahlen bei Daimler auch in den kommenden Jahren zu befürchten. Von daher der Chart jetzt schon schwach. Gestern natürlich kommen noch hinzu die Auswirkungen des Coronavirus. Zykliker wie die Autobauer hier besonders stark betroffen. Die Probleme der Wirtschaft in China wirken sich auch für Daimler stark aus und die Aktie ist gestern auf ein neues Mehrjahrestief gefallen. Erstmals seit vielen Jahren wieder unter 40 Euro zu haben, aber aktuell, der Chart zeigt es hier, wichtige Unterstützung gerissen. Wenig Hoffnung, dass es schnell nach oben geht. Die allgemeine Schwäche des Marktes könnte auch vorerst anhalten und deswegen setzen wir darauf, dass die Daimler Aktie hier noch keinen Boden finden kann, dass es weiter nach unten geht. Und das ganze spielen wir wieder mit einem Produkt unseres Partners Morgan Stanley. Ein Faktor Short mit Faktor 3. Aktueller Kurs ist 11 Euro und hier sollten durchaus 30 bis 40 Prozent Gewinn möglich sein. Der Stoppkurs sollte im Bereich 9,50 Euro liegen, denn falls es doch am Gesamtmarkt zu einem Rebound kommt, könnte natürlich auch die Daimler Aktie wieder nach oben setzen. Aber mit einem engen Stopp sind sie hier gut beraten, um in den schwierigen Tagen des aktuellen volatilen Handels mit dem Faktor Short doch Gewinne einfahren zu können. Und wir sehen uns morgen wieder mit einer neuen Ausgabe des Trading Tips. Bis dahin.